Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Welcome to Adventure Match. Das Haus der Riesen Folge 4 mittlerweile. Und ja. Scheint ein bisschen normal zu sein. Interessant. Nun gut. Da schaut man ein bisschen mehr um. Ok, hier waren wir schon. Also Ruhe um. Hier waren wir schon mal am Weg. Wir waren ziemlich auf die Erde drin. Ok. Da ist das Haus der Riesenweg schon mal drin gewesen. Aber gut. Wir schaffen jetzt unsere erstmal. So. Damit haben wir das ja auch. Ja sagen wir mal geplündert. Und ja. Ehm. Ich denke nebenbei dass ihr Kommentar abgeht. Finde ich ja. Aber ist ganz schön. Schöne Grüße übrigens an dich in dem. Gerade sind. ÖG. Danke dass du da. Dass du meine Videos guckst. Ich bin natürlich auch gefallen. Dessen Grüße gedacht. Denk ich jetzt auch. Kann ich dich auch mal grüßen. Und ja. Hoffentlich vervollschmeißen wir jetzt weiter so schön. Und ich gebe mir natürlich Mühe mit meiner Art zu spielen. Ähm ja. Zähl. Ich bin da immer besser. So. Was haben wir denn hier drin noch. Okay. Jetzt kommt was dran dran. Dann gehen wir hier wieder raus. Oh was haben wir denn hier. Das Badezimmer. Nice. Mit Dusche. So. Noch nicht zugeheber. Okay. So. Das Badezimmer ist natürlich auch sehr gut. So. 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 Und da vorne, dann wollen wir. Und die sogenannte Art Bunk-Game. Obwohl ich der Frau dieser Map respekt überrasche. Ich habe auch keine Ahnung, wer diese Map gebaut hat. Ich werde dieser Map immer zuschauen. Respekt zu mir und ich. Oh, hier waren wir schon. Okay. Wow. Das hier sind wir noch am Arbeitszimmer aus. Hier sehe ich ja schon mal wieder. Und ja. Das hier ist ja schon mal wieder. Und ja. Das hier ist ja schon mal wieder. Ja. Hier haben wir jetzt lange an den Bauern. Respekt. Dies wäre tolle Arbeit hier. Ich will nicht wissen wie lange das eigentlich dauert, wenn es im Creative Mode bleibt, muss es auch ewig gedauert haben, das wäre klar. Na gut, 4MX. Jetzt gebe ich das Werte noch. Sure, nicht oft, das was principaut wird. 김대 Oh, das ist ein Bilator runter. Ach, zum Grundleister hier oben! Okay, geil! Und dann muss ich jetzt sagen, Respekt. Ah, das ist mein Tier. Das ist die Phase, wie wir da rankommen. Ich muss einfach sagen, dass wir da mal rein gucken. Ich muss einfach sagen, dass wir da mal rein gucken. Ich muss einfach sagen, dass wir da mal rein gucken. So Leute, dann mach ich mal eine kurze Pause. Bis gleich.